Ja, hallo liebe Freunde. Mir ist aufgefallen, dass es, wenn es darum geht, wie wir unsere wirtschaftlichen Probleme lösen können, eigentlich nur zwei Antworten gibt. Die einen sagen, wir brauchen mehr Kapitalismus, wir brauchen einen reinen, einen echten Kapitalismus. Den haben wir laut deren Meinung nicht. Und dann gibt es die Gegenseite, die sagt, wir brauchen mehr Sozialismus, wir brauchen einen echten, einen genuinen Sozialismus. Und zwischen diesen beiden Polen ist irgendwie nichts oder nur sehr wenig. Wir schauen uns heute mal an, wieso beide falsch liegen und was wir stattdessen wirklich verändern können und müssen, um dauerhaften Fortschritt für unsere Wirtschaft und damit auch für unsere Gesellschaft sicherzustellen. Fangen wir an, indem wir den Kapitalismus und den Kommunismus einmal betrachten und vergleichen. Der Kapitalismus ist in seinem Kern eine aufs Individuum ausgelegte Ideologie oder Theorie. Und der Kommunismus ist das Gegenteil. Er sieht das Kollektiv im Zentrum aller Überlegungen und das kollektive Wohlergehen. Der Kapitalismus sagt im Prinzip, wenn es, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht. Er überträgt die volle Verantwortung auf das Handeln des Individuums, zumindest in der Theorie, und macht das Individuum zum Entscheidungsträger und zum selbstverantwortlichen Handelnden. Der Kommunismus sagt, nein, nein, so können wir das nicht machen. Wir müssen das Kollektiv berücksichtigen. Wir brauchen eine Hierarchie, die entscheidet, was am besten ist für alle. Und aus beiden Ansätzen ergeben sich Vorteile und Nachteile. Die Vorteile im Kapitalismus bestehen zum Beispiel darin, dass es, dass er zu einer dezentralen Ordnung der Wirtschaft führt. Man nennt das auch eine Wirtschaft nach dem Prinzip der Subsidiarität. Also eine Wirtschaft, bei der möglichst viele Entscheidungen auf der möglichst niedrigen, auf der möglichst niedrigsten Ebene getroffen werden. Und das wiederum führt dann dazu, dass möglichst vielen Menschen ermöglicht wird, ein möglichst großes Potenzial oder ihre Talente möglichst umfangreich und vollständig einbringen zu können in das Wirtschaftssystem, ihre Talente, Interessen und Fähigkeiten. Unter dieser Voraussetzung entstehen die besten Produkte und die meisten Produkte. Wir wirtschaften also effizient und effektiv, wenn jeder sein ganzes Potenzial voll entfalten kann. Und das ist möglich, weil er ja frei entscheidet. Der Nachteil ist allerdings, dass der Kapitalismus die Gier ins Zentrum stellt und zur Triebfeder des menschlichen Handelns macht oder des wirtschaftlichen Handelns. Die Motivation ist also die Anhäufung, die Akkumulation für mich selbst. Und weil die Ideologie des Kapitalismus oder die Theorie des Kapitalismus sich so auf die Gier verengt und sie zum Leitbild des menschlichen Wirtschaftens macht, nährt sie die Gier in uns. Und die Gier ist keine besonders hilfreiche Eigenschaft. Sie hat ihren Platz und ihre Notwendigkeit, aber sie so aufzublasen, führt zu großen Problemen. Zum Beispiel, dass wir Scheuklappen entwickeln für die Probleme der anderen. Und das ist dann letztendlich nichts anderes als Scheuklappen zu entwickeln für die Probleme der Gesellschaft als Ganzes. Wir verengen unseren Blick also auf unseren eigenen Vorteil und verlieren den kollektiven Vorteil aus dem Blick. Gleichzeitig sieht der Kapitalismus keine Begrenzung des Wohlstandes vor und ermöglicht damit eine unbegrenzte Anhäufung von Gütern und damit im materialistischen System im Kapitalismus auch die Anhäufung von unbegrenzter Macht. Der Sozialismus sieht das alles nun etwas anders. Beim Sozialismus steht das Kollektiv über dem Individuum. Das führt dann natürlich dazu, dass das Individuum sich dem Kollektiv beugen muss. Und damit wird viel Potenzial zerstört, weil der Einzelne nicht unbedingt seine Fähigkeiten, Talente und Interessen entwickeln kann, sondern eine Arbeit ausführen muss, die ihm auferlegt wird, weil sie von einer zentralen Stelle für wichtig gehalten wird und damit befohlen wird. Da sehen wir auch schon den nächsten Unterschied. Die sozialistische Struktur ist eine zentralistische, eine planwirtschaftliche Struktur. Damit wird viel Verantwortung, wenn nicht gar alle Verantwortung zentral und alle Macht zentral an einem Ort gebündelt. Das ist sehr fehleranfällig. Denn diese höchste Instanz verfügt immer über weniger Informationen als die Arbeiter am Boden sozusagen, auf dem Grund, on the ground sagt man im Englischen. Also diejenigen, die an der Materie dran sind, in den Orten leben und die Wirtschaft tatsächlich betreiben. Die sehen viel besser, wo sind die Probleme und wie sind die besten Lösungsmöglichkeiten. Diese Information wird allerdings oft nicht bis nach oben durchkommuniziert. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass Macht natürlich auch korrumpieren kann, zumindest, wenn wir mal vorsichtig sind und es oft leider auch tut. Und ein so streng hierarchisches System Menschen an die Spitze hievt, zumindest häufig, die vielleicht nicht das Allgemeinwohl im Sinn haben. Solchen Entwicklungen sind sozialistische Systeme schutzlos ausgeliefert. Und das neben dem fehlenden Sachverstand, einfach aufgrund des mangelnden Informationsfluss oder des unvollständigen Informationsflusses an die Spitze. Aufgrund dessen dann falsche Entscheidungen für die Wirtschaft getroffen werden. Gleichzeitig hat eine zentrale Steuerung auch ihre Vorteile. Sie ist zum Beispiel dann notwendig, wenn ein selbstgesteuertes System in eine falsche Richtung läuft. Es ist nicht immer unbedingt gesagt, dass nur positive Entwicklungen resultieren aus einer Selbstorganisation, aus einer dezentralen Steuerung. Und wenn sich abzeichnet, dass es ein Problem gibt, dann ist es gut, wenn es eine Instanz gibt, die die Möglichkeit hat, dagegen zu steuern. Und dass Selbstorganisation nicht immer zum besten Wohl, zum besten Resultat führt, das können wir leicht beobachten. Wenn man nicht alles, was man sich selbst überlässt, gedeiht. Zum Beispiel Pflanzen, die man nicht gießt, die sterben. Und das ist nur ein Beispiel. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, beide Systeme, beide Ansätze haben wunderbare Vorschläge und Konzepte, die sowohl Vorteile und auch Nachteile haben. Und das Ziel eines Wirtschaftssystems sollte es sein, beide Ansätze so miteinander zu kombinieren, dass sich die Vorteile und Nachteile der beiden Ansätze, des kollektivistischen Ansatzes und des individualistischen Ansatzes, möglichst gut gegenseitig aufheben und sich die Vorteile unterstützen. Das ist auch ein fundamentales Prinzip der Natur. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen Integration, zwischen Synthese und Desintegration oder Analyse. Beide Pole, die nach innen gerichtete Kraft und die nach außen gerichtete Kraft, sind in ständiger Wechselwirkung. Deswegen bleibt die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne. Es gibt eine Kraft, die zieht sie von der Sonne weg und es gibt eine gleich starke Kraft, die zieht sie zur Sonne hin. Und das Resultat ist eine stabile, eine harmonische Bewegung um die Sonne. Und so ist es auch in unserem gesellschaftlichen Leben. Es gibt Fliehkräfte, die uns voneinander trennen, die uns in unserem Inneren, unser Selbst zerspalten wollen und die uns zwischenmenschlich voneinander trennen wollen. Und das müssen nicht Menschen sein, sondern das ist die Natur der Kraft. Die Kraft möchte das. Das ist eine nach außen gerichtete Kraft, eine zentrifugale Kraft. Und dann gibt es Kräfte, die wirken vereinigend. Die führen uns zusammen und haben auch Nachteile. Wie zum Beispiel, dass sie den Blick auf die Umgebung dann vernebeln. Aber beide Kräfte sind existent und beide Kräfte müssen bei der Planung eines Wirtschaftssystems oder bei der Erstellung eines Wirtschaftssystems berücksichtigt werden. Ein solches System, das das bewerkstelligt, das das leistet, heißt PROUD. Die Progressive Utilization Theory. PROUD ist in seinem Kern eine Zusammenstellung von fünf grundlegenden Prinzipien. Und diese Prinzipien sind sehr, sehr offen formuliert. Sie wirken wie ein Kompass. Auf die Details gehen wir in einem späteren Video ein. Das Grundprinzip von PROUD ist, dass es den Menschen ermöglichen möchte, sich selbst zu entfalten. Das Hauptziel von PROUD ist es, möglichst viel Glück und Zufriedenheit zu produzieren, zu erzeugen. Und das nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren und Pflanzen. Und das gelingt, indem es uns ermöglichen möchte, indem das Ziel ist, uns zu ermöglichen, unser ganzes Potenzial voll zu entfalten oder unsere Persönlichkeit voll zu entwickeln. Das Ziel von wirtschaftlichem Handeln muss es sein, genug physische Nahrung und Nahrung hier in einem sehr abstrakten Sinn. Damit meinen wir alle notwendigen Dinge, die wir brauchen, um unsere physische Existenz zu erhalten. Also Kleidung, Medizin, Nahrung, Behausung und auch Bildung. Denn ohne Bildung können wir nicht wissen, wie wir mit unserer Welt umgehen müssen, um darin, um es martialisch auszudrücken, zu überleben. So viel zu den physischen Nahrungsmitteln sozusagen, die wir brauchen für die Erhaltung unseres Körpers. Und darüber hinaus muss ein Wirtschaftssystem geistige Nahrung produzieren, Kultur, Kunst und so weiter, um unseren Geist anzuregen und zu nähern und zu erweitern. All diese Dinge müssen so beschaffen sein, sollten so beschaffen sein, dass sie dazu führen, dass wir uns frei entfalten können. Dass wir die Möglichkeit haben, zu der Person zu werden, die wir im tiefsten Inneren sein wollen. Und dies bewerkstelligen wir, indem wir ein Umfeld schaffen, das dynamisch ist, das undogmatisch ist, das flexibel und anpassbar ist auf die verschiedenen Veränderungen der Umwelt und der kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. All das ist in Proud angelegt. Und dabei bedient sich Proud den Stärken des Kapitalismus und den Schwächen des Sozialismus. Proud hat also einen Ausblick, eine Ansicht, einen Vorschlag, die Gesellschaft zu strukturieren, der sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft berücksichtigt und beide als voneinander abhängig ansieht. Beide sollen, müssen in Harmonie und Balance miteinander leben, um den maximalen Fortschritt sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft zu ermöglichen. Also fassen wir zusammen. Sowohl Kapitalismus als auch Kommunismus oder Sozialismus haben gute und schlechte Seiten. Beide haben jedoch einen entscheidenden Mangel und zwar, dass sie ihren Blick entweder auf das Individuum oder auf das Kollektiv verengen und die Lösung aller Probleme in einer der beiden Richtungen sehen. Die Wahrheit erkennen wir, wenn wir uns das fundamentale Prinzip der Natur anschauen, dass zwei Kräfte existieren, die immer im Wechselspiel miteinander sind und in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Diese beiden Kräfte müssen wir beachten, wenn wir unser Wirtschaftssystem erschaffen und planen. Und genau das ist ein zentraler Bestandteil der ganzheitlichen Wirtschaftstheorie PROUD, Progressive Utilization Theory, der Theorie von der fortschrittlichen Nutzung. Wir arbeiten an der Umsetzung von PROUD in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und wir laden dich dazu ein, uns dabei zu unterstützen. So viel für heute. Macht's gut und auf Wiedersehen.